Der Mini-Ace-Man stellt deine Vorstellung komplett auf den Kopf. Leistung trifft auf Stil und das in einem sogenannten Crossover, der dich nicht nur an Ziel bringt, sondern dir auch noch zeigt, was echte Innovation bedeutet. Bereit für die Zukunft? Dann bleib genau jetzt dran. Und damit herzlich willkommen bei den Emil Frey Vogelautomobilen. Wenn du dich für BMW und Mini begeisterst, dann bist du hier genau richtig. Denn wir präsentieren dir regelmäßig die neuesten Modelle und Innovationen. Und heute ganz klar im Fokus der allererste vollelektrische Mini-Ace-Man. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke auch zu aktivieren, um kein wichtiges Update mehr zu verpassen. Deine Meinung ist uns wichtig, also hinterlasse uns gerne einen Kommentar, was du von diesem niegelnagelneuen, revolutionären Fahrzeug hier neben mir hältst. Was dir als erstes ins Auge fällt? Ja, das ist das einzigartige Gesicht des aktuellen Mini-Ace-Man. Ein selbstbewusstes Design mit LED-Scheinwerfern, das nicht nur futuristisch aussieht, sondern auch noch funktional zugleich ist. Besonders in der Farbe, wie hier das Legend Grey, wirkt der Ace-Man nicht nur edel, sondern auch noch dynamisch und urban zugleich. Perfekt für den modernen Entdecker, die fließenden Linien und der markante Kühlergrill signalisieren hier eines. Hier kommt keine Kompromisslösung. Hier kommt pure Power und einzigartige britische Eleganz. Von der Seite zeigt sich der Ace-Man als perfekter Crossover. Kompakt genug für die Stadt, aber ebenso robust für euer Abenteuer. Die schwarzen John Cooper Works Felgen und auch die schwarze Dachreling unterstreichen die sportliche Dynamik. Der Kontrast zwischen der eleganten Karosserie in Legend Grey und den dunklen Akzenten verleiht dem Fahrzeug eine einzigartige und auch unverwechselbare moderne Präsenz. Und ja, dieser Mini hier, der ist nicht nur zum Anschauen da, er will auch noch gefahren werden. Ein Fahrzeug, das sowohl in der Stadt als auch langersehend auf langen Strecken zu Hause ist. Das Heck des Mini Ace-Man. Kraftvoll, modern und auch noch unverwechselbar. Die LED-Rückleuchten sind im ganz typischen Union Jack Design gehalten. Ein subtiler Hinweis auf die britische Herkunft. Und was den Kofferraum betrifft, ja, das ist das Argument. Du bekommst nämlich satte 1.005 Liter Stauraum, wenn du die Rücksitze umklappst. Perfekt, wie schon gesagt, für spontane Roadtrips oder den ganz großen Einkauf. Liebe Mini-Freaks, jetzt wird's futuristisch. Der Innenraum des Mini Ace-Man ist pure Innovation. Mit dem 24 cm großen OLED-Display erlebst du das Cockpit der Zukunft. Alles intuitiv, alles auf einen Blick. Von der Sprachsteuerung bis hin zu den neuesten Assistenzsystemen. Hier hast du alles, was du brauchst. Ohne unnötigen Schnickschnack. Bequeme Sitze in der Weskin-Strickkombination John Cooper Works Schwarz, die nicht nur schick aussehen, sondern auch noch Komfort auf dem höchsten Niveau bieten. Unter der Haube hier steckt ein 160 kW starker Elektromotor, der dir satte 218 PS liefert. Und damit sprintest du in wenigen Sekunden von 0 auf 100. Aber es geht hier nicht nur rein um die Geschwindigkeit. Nein, mit einer Reichweite von bis zu 405 km bist du bestens gerüstet für den Alltag und auch die Langstrecke. Dank der Schnellladefunktion lädt dieser Mini-Ace-Man in nur wenigen Minuten für weitere 100 km. Das ist Effizienz, die einfach ganz viel Spaß macht und wie immer typisch minimalistisch ist. So schnell geht's, da ist er auch schon vorgestellt. Das war der erste vollelektrische Mini-Ace-Man. Ein Crossover, der Grenzen verschiebt und Elektroautos komplett neu definiert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Schreib uns gerne deine Gedanken zum aktuellen Ace-Man hier unten in die Kommentare und erzähl uns auch, was du als nächstes hier von uns sehen möchtest. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei den Emil Frey Vogel Automobilen. Ganz wichtig noch, bevor ich es vergesse, der Gute hier ist ab dem 9.11. offiziell hier bei uns verfügbar. Bestellen können wir ihn auch jetzt schon. Also wenn ihr das gerne mal machen möchtet, kommt vorbei, ich helfe euch dabei. Bis zum nächsten Mal.